Ja, jetzt willkommen wieder auf Line Media, heute mit meinem wahrscheinlich wichtigsten Video, das ich jemals gemacht habe. Denn die Bundesregierung wird in zwei Tagen, am 14. Mai, eine weitere Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag zur Abstimmung bringen und was ich in diesem Gesetzesentwurf entdeckt habe, ist wirklich besorgniserregend und hat das Potenzial, unser Land für immer zu verändern. Doch zunächst schauen wir uns einen Artikel von Euronews vom 11. Mai 2020 an. Laut diesem hat ein Mitarbeiter von Seehofers Innenministerium auf eigene Faust ein Dokument geleakt, aus dem hervorgeht, dass das Virus intern schon als möglicher Fehlalarm gesehen wird und die Regierung mit völlig überzogenen Maßnahmen und Freiheitsbeschränkungen darauf reagiert hat, die sowohl die Wirtschaft als auch die Aufrechterhaltung des Grundgesetzes in ernsthafte Gefahr bringen. Das Bundesinnenministerium hat den Mitarbeiter mittlerweile gefeuert und das Dokument als seine persönliche Meinung abgetan. Ja, ein Fehlalarm, das würde die Bundesregierung natürlich ziemlich in Erklärungsnot bringen, zumal der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ja ein noch konsequenteres Durchgreifen zur Eindämmung der Pandemie fordert, regionale Lockdowns, Social Distancing, Maskenpflicht und so weiter. Zudem soll eben auch das Infektionsschutzgesetz weiter verschärft werden, worüber der Bundestag in zwei Tagen am Donnerstag, den 14. Mai, entscheiden wird. Der Gesetzesentwurf, den man auf der Seite des Bundestages findet, umfasst 86 Seiten, die ich mir für euch durchgelesen habe, um einige kritische Punkte ansprechen zu können. Und wir beginnen auf Seite 41. Die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus zeigt, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um die mit der durch das Virus ausgelösten Pandemie verbundenen Folgen abzumildern. Ja, ich weiß nicht, was ich verpasst habe, aber laut den offiziellen Zahlen der John-Hopkins-Universität fallen die täglichen Neuinfektionen in Deutschland schon seit Anfang April, sodass momentan in ganz Deutschland nur ca. 500 bis 600 Fälle pro Tag neu dazukommen. Deutschlandweit haben wir auch nur noch 17.500 Coronavirus-Fälle und es werden tagtäglich weniger. Also mehr schließt sich nicht so wirklich, warum jetzt ein weiteres Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag geboxt werden soll, obwohl wir in ein bis zwei Wochen gar keine Fälle mehr haben werden. Doch schauen wir mal weiter. Auf Seite 43 steht, die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Durchführung von Pilotprojekten zur Ermöglichung der Verwendung von Verordnungen von digitalen Gesundheitsanwendungen in Textform. Also das Gesetz schafft die rechtliche Grundlage, damit die Ärzte Patienten nicht nur Medikamente verordnen können, sondern auch digitale Gesundheitsanwendungen, also Technik, die uns angeblich heilen soll. Diese Technik ist aber noch nicht ausgereift und soll in Form von Pilotprojekten direkt an Menschen getestet werden. Weiter unten auf Seite 41 steht dann, nach Maßgabe des Digitale Versorgungsgesetzes erhalten die Versicherten zukünftig eine Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Bis Verfahren unter Einsatz der Telematik-Infrastruktur zur Verfügung stehen, gilt es im Rahmen von Pilotprojekten, Verfahren zur Verwendung von Verordnungen in Textform zu testen, um so den Medienbruch zwischen papiergebundener Verordnung und digitaler Versorgung zu vermeiden. Pilotprojekte können dabei in einem kurzen zeitlichen Rahmen nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn sie in enger Abstimmung von Krankenkassen und Herstellerverwendungen konzipiert werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass interessierte Forschungseinrichtungen aufgrund bestehender Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Pandemie nicht zu einer Angebotsabgabe für das wissenschaftliche Gutachten in der Lage sind. Vor diesem Hintergrund werden die Vergabe des Gutachtens sowie die auf dieser Grundlage zu schließende neue AOP-Vereinbarung zeitlich entzerrt. Also, ich bin kein Fachmann, was solche in Beamtendeutsch verfassten Gesetzesentwürfe betrifft, aber für mich hört sich das so an, als Plane der Gesundheitsminister, Forschungseinrichtungen grünes Licht zu geben, um neue, kaum erprobte digitale Gesundheitstechnik direkt an Menschen zu testen, bis Verfahren unter Einsatz der Telematik-Infrastruktur zur Verfügung stehen. Die Forschungseinrichtungen sind dabei nicht mehr verpflichtet, ihr Handeln durch wissenschaftliche Gutachten direkt überprüfen zu lassen. Im Umkehrschluss könnte sich ein Herr Gates in diverse Forschungseinrichtungen einkaufen, wenn er dies nicht schon längst getan hat, um dann seine tollen Erfindungen an deutschen Bürgern zu testen, ohne dass er dabei überprüft wird. Ja, Jens Spahn hat ja unter anderem schon dafür gesorgt, dass das digitale Versorgungsgesetz am 19. Dezember 2019, zufällig kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, verabschiedet wurde. Laut diesem Gesetz können Ärzte jetzt schon Apps verschreiben, was natürlich die Frage nach der Datensicherheit aufwirft. Das Endziel scheint ja ohnehin die Telematik-Infrastruktur zu sein. Laut Wikipedia zählen dazu Rechnernetze wie Internet, Telefon- und Mobilfunknetze. Laut der Mathe der FAZ vom 18. Januar 2020 hat Spahn auch schon gefordert, Deutschland sollte sein eigenes unabhängiges 5G-Mobilfunknetz aufbauen. Also jetzt soll neue Technik direkt an Menschen getestet werden, bis diese Technik dann irgendwann in das neue 5G-Netz integriert werden kann. Zu diesem Schluss kann man jedenfalls kommen, wenn man hier 1 und 1 zusammenzählt. Und in welche Richtung das Ganze dann steuern kann, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Israel. Dort hat der israelische Premierminister Netanyahu vorgeschlagen, dass man allen Kindern einen Mikrochip einsetzt. Dazu ein Ticket der Jerusalem Post vom 8. Mai. Israelische Cyberspezialisten warnen derweil schon, dass Pädophile dieses Netzwerk hacken und die Standortdaten der Kinder herausfinden könnten. Das ist also die tolle neue Gesundheitstechnik, die dem Minister Spahn hier vorschweben könnte. Auf Seite 43 steht, Ja, hier hat man anscheinend extra das englische Wort benutzt. Laborbasierte Überwachung könnte ja Bedenken bei den Abgeordneten oder der Bevölkerung wecken. Auf Seite 54 heißt es dann, Die Gesundheitsämter werden in die Lage versetzt, durch Einleitung von Maßnahmen der Kontaktpersonenermittlung, der Absonderung, Quarantäne bei gesunden Personen und Isolation bei erkrankten Personen, weitere Übertragungen zu verhindern. Also um jemanden bei sich zu Hause wegzusperren, reicht es schon aus, dass ihr irgendjemandem, der angeblich Corona hat, mal über den Weg gelaufen seid. Dank der Standortdaten eurer Corona-Apps wird das auch sehr leicht nachvollziehbar sein. Auf Seite 55 wird dann geregelt, welche Informationsstränge zukünftig beim Robert-Koch-Institut zusammenlaufen, das ja auch finanziell von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt wird. Ebenso sind Angaben über einen entsprechenden Serostatus anzugeben. Der spezifische auf eine Krankheit bezogene Immunstatus ist von großer Bedeutung, um Impfdurchbrüche und die Dauer des Immunschutzes eingrenzen zu können. Zwar ist bislang kein Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar, Perspektivisch ist die Meldung entsprechender Angaben zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie jedoch dringend erforderlich. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund möglicherweise bald vorhandener Impfstoffe, sondern auch für die Frage, ob eine Vorerkrankung zu einer erworbenen Immunität geführt hat. Also soll das Robert-Koch-Institut genauestens Bescheid wissen, wie viele Menschen in Deutschland gegen das Virus immun sind und wer noch geimpft werden muss. Auf Seite 20 steht dann, Sehr bedenklich finde ich auch diesen Abschnitt auf Seite 42. Nach den geltenden Vorschriften zur generalistischen Pflegeausbildung ist ein Pflichteinsatz vollständig beim Träger der praktischen Ausbildung zu absolvieren. Diesbezüglich soll insbesondere zur Erweiterung der Möglichkeit, dass psychiatrische Krankenhäuser Träger der praktischen Ausbildung sein können, eine Teilbarkeit des genannten Pflichteinsatzes aufgenommen werden. Offenbar rechnet Spahn schon damit, dass es bald zu einem größeren Bedarf an Personal in psychiatrischen Krankenhäusern kommen wird und will deshalb die Pflichteinsätze der Auszubildenden in diese verlagern. Ja, in Sachsen haben sie ja sogar schon darüber nachgedacht, Quarantäneverweigerer in Psychiatrien unterzubringen. Soll dieser Plan nun bundesweit umgesetzt werden? Und solange diese Fragen nicht geklärt sind und das Gesetz einfach durchgewunken wird von den Kaffeetrinkern im Bundestag, solange ist das in meinen Augen so etwas wie eine offene Kriegserklärung gegen die deutsche Bevölkerung, zumindest brauchen sich die Politiker nicht wundern, wenn das Gesetz so in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Dieses Gesetz muss meiner Meinung nach umgehend gestoppt werden. Und dabei ist jeder einzelne von euch gefragt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einer Liste mit allen E-Mail-Adressen der Politiker im Bundestag. Wenn ihr möchtet, kopiert euch die Adressen, am besten natürlich alle, in euren E-Mail-Verteiler und macht den Abgeordneten klar, dass ihr sie und ihre Partei nicht mehr wählen werdet, falls sie übermorgen für dieses Gesetz stimmen. Natürlich solltet ihr das nur tun, wenn das auch eurer tatsächlichen Meinung entspricht. Ich für meinen Teil werde genau beobachten, wer am Donnerstag seine eigene Bevölkerung hintergeht und mir dann einige interessante Kandidaten für einen Sonderbericht herauspicken, den ihr natürlich wie immer kräftig teilt, genauso wie dieses Video, damit dieses Land endlich mal aufwacht. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu alledem unten in die Kommentare. Mich würde es freuen, wenn ihr euch zum nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wer nächstes Video schaut. Ciao!